Die Naturtonreihe. Ich stelle Ihnen die Naturtonreihe vom B1 bis zum Betalton vor. Höher hinauf geht es dann im nächsten Set. Das ist Herr Rohan, der proprietor von B1 bis zum Betalton. Also, er spielt ein wenig oben. Ein wenig oben. Wir sehen uns. Noch eine Octave? Ja, ja, ja. Es wird explodiert. Okay. Vielen Dank, Herr.